damit haben wir die refinerien hier gebaut kann erst mal dass wir exportieren ja auch jetzt zucker vielleicht soll ich dann doch ein bisschen mehr zucker bauen wir dürfen aber halt aber auch nicht vergessen dass wir die einwohner brauchen wir halt die ganzen handelskammern und hast du nicht gesehen wobei wir glaube ich ein paar items darüber transportiert hatten ja wir haben ein subordinateur hier aber auch sonst nichts mehr wir haben den elmas elektrischer ofen plus der schokolade hier bringt jetzt nicht weniger leute wir brauchen ein paar items glaube ich hier drüben was für die extrem laute glocke oder so ein schild was könnte ich noch gebrauchen benutzen wir mal eines der schnellsten schiffe hier habe ich überhaupt noch so eine glocke übrig ich habe tatsächlich noch eine glocke übrig das freut mich gerade sehr hat sich das überhaupt noch einsetzen kann dann in handelskammer war ich weiß ob ich noch platz dafür ist aber probieren wir es aus für dieses eine ding was jetzt kurz in die neue welt fahren wenn wir schon mehr sind können wir auf dem neuen campus gebäude einmal entwickeln auch schon wieder extrem viele forschungspunkte können wir gerne mal wieder ein bisschen was im forschungsinstitut machen wir das noch mal reinschneiden da wir sagen wir machen mal so hier die kulturelle seite hier sei es jetzt noch die tiere und pflanzen würde ich jetzt gerne noch vollfüllen wenn ich ehrlich bin damit wir das endlich irgendwann mal fertig haben auch wenn das mit der schon 9000 investitionskosten kostet das ist echt teuer erstmal bei den tieren weiter wie gibt es nicht danach zu erforschen gar nicht mehr so wie wir haben die tiere und pflanzen gleich durch ehrlich gesagt nicht mehr so lange das heißt ich komme noch die epische legendären sachen oder wie sieht das aus noch mal kurz rein gucken na schade kann ich nicht industrie technologie da kann man mehr das technologie gut da kann es natürlich auch sachen entwickeln wie zum beispiel ich habe kann jetzt auch den propeller tatsächlich entwickeln lassen aber es dauert halt voll lange für so ein scheiß propeller dann kaufe ich den lieber apropos propeller der bergungsschiff du bist jetzt doch noch nicht da aber das war hier irgendwo der aufstand hat ihre stadt in trümmer gelegt lol das ist das erste mal dass durch den aufstand tatsächlich trümmer entstanden sind aber nur ein haus entspannt meine damen und herren sieht das hier mit dem fischöl hafen aus ey das ist doch nicht schön wenn schon dann bitte ordentlich das hans ding hier ist entspannt wenn wir das jetzt hier weg machen sollten na gut wir müssen bedenken der weg muss ja trotzdem hier lang führen sonst aber wir können hier einmal dann doch kein mauer ziehen und irgendwas wird hier wieder angegriffen und der beschuss nie nicht mein bergungsschiff aber jetzt hat die einen weiteren schlachtkreuzer hier oben ich könnte kotzen sag mir jetzt nicht ich muss jetzt auch mein bergungsschiff hier beschützen schnell weg hier schnell weg geht mir hand auf die eier so lagert mal bitte um weil ich schon geil dass wir den kragen gefunden haben und jetzt bitte einmal noch die nächste karte auf einer haben wir noch eine neue welt ich bin bereit das ist so eine u form das könnte das sein einer spitze hier müsste das dann ja perfekt ok dann lasst uns mal mit dem blaupausen anfangen hier wie gesagt die extrem laute glocke ist ja schon auf dem weg wobei wir wollen erstmal den hafen hier bauen so viel zeit muss sein ja gut ist jetzt natürlich auch schön wenn hier jetzt noch ein paar schöne aber wobei so geht das wohl das mit dem mit dem übergang haben sie echt nicht gut geregelt ich hoffe das machen sie jetzt mit dem neuen season pass noch ist echt nicht schön mit dem übergang wirklich nicht ok dann würde ich sagen warum wir jetzt hier ordentlich schokolade hin genug platz ist auf jeden fall da und natürlich auch natürlich alle mit traktoren scheuen ist ja klar schiff und der beschuss schiff unter beschuss eine fregatte fährt jetzt ja auch noch rum ja wo die wut ich kann dir gar nicht sagen alle wie salty ich gerade bin so hier ist der mentor zwei neue monitore kaufen ist natürlich kein schlacht kreuz aber die können auf jeden fall etwas ausrichten vor allem wenn wir die dann jetzt hier zusammenführen dann passt das schon ich wollte mit den blauen pausen anfangen meine güte ah jetzt heißt hier problem hier könnte man lösen bisschen besser auf jeden fall warte mal sieht zwar nicht glaube ich nicht mehr so schön aus aber manche sachen müssen einfach getan werden so ist glaube ich besser tatsächlich aber das jetzt einfach mal so gemacht was soll es wunderbar ein bisschen spielraum nämlich ja jetzt müssen das nicht irgendwie so ganz hat gucken dass das so passt gerade noch mit den feldern oder viel viel mehr spielraum so schokolade kakaoplantage ich glaube sogar wir werden viel zu viele kakao produzieren aber wobei kann man genug zu viel kakao produzieren wahrscheinlich nicht so die werden direkt aktiviert die traktor scheuen können meinen wegen dann hier rein aber wobei passen so auch jetzt gut willst du uns zuschauen wir noch eisen so scheint auch da zu sein erstmal 92 fällt das auch gar nicht so viel gefühlt einmal um als folgenden danke probieren wir auch schon mal den schritt hier ist von der überfahrt zurück der gern schon ordentlichen abstand ein schiff ist zurückgekehrt das vollkühlschiff es dürfte da sein sehr gut die extrem laute glock ist angekommen dann kann er direkt auch wieder zurück aber weil du fährst mal zur archie bald nein nein dann kaufen wir jetzt gleichzeitig bei beiden okay machen wir so keine felder keine arbeit richtig mal hier oben zu machen wäre das gedacht dass wir noch mal plantagen in der neuen welt anbauen ich glaube wir werden viel zu viel kakao sogar produzieren wenn ich ehrlich bin nicht dass das dramatisch wäre aber dann könnten wir den platz vielleicht noch für was anderes nutzen oder hier bitte einerlei probleme so viel platz haben wir gar nicht benutzt für die wenn es erst mal das vollbauen plantagen wie gesagt die werden wir direkt dann auch entwickeln und nicht als blau hausen hinsetzen wir haben ja wie gesagt genug leute dafür schiff unter beschuss ich konnte wenigstens ein bisschen was bauen wie ist der schlachtkreuzer aber das bei hand drüben da können wir nicht jetzt drauf das ist ein problem wenn wir unsere schiffe verlieren jetzt bitte einmal traktorschein mein hafen wird angegriffen ich habe eine ich konnte zwei traktorschein platzieren ein feuer ist ein kapselon die alter ich und vor allem schön der hafen hier jetzt sind es da nur ein paar fischer farm aber es ist nur noch nervig ich hause jetzt hier aus cup trelawney raus das ist mir jetzt zu blöd so alle zusammenziehen das ding ist ich habe ganz groß kurz ich wollte ich jetzt sagen lass mal alle schiffe jetzt ziehe ich jetzt mal hier zusammen das ding ist ich habe kaum noch welche schiffe in cup trelawney das große reden kann ich durchaus schwingen wird ankommen die können wir kaufen wir kaufen einfach für das schiff ich brauche hier auch keine schiffe ja hafen wird angegriffen was du nicht sagst kartenhaus fällt weg was suchst du hier bei den still gestanden kapseloni wo sind meine kriegsschiffe wo sind meine monitore die habe ich doch schon auch hingeschickt wo sind die ach da unten erst ja lasst euch zeit aber jetzt kann hier auch erstmal nicht mehr gehandelt werden oder was oder spiel weißt du so letzte aufnahme so auch die gefühlt die anderen aufnahmen davor so ja so war man sich bisschen kriege oder so i don't know ab und zu fahr hat sich mein schiff angegriffen setzt das ja gerade immer jetzt mal hier gerade ganz neue marx stäbe hört ja gar nicht mehr auf hier mich gerade zu nerven jetzt schon wieder seit ein paar folgen jetzt schmuck geht gerade rasant runter tabak haben wir zigarren haben wir nicht mal mehr okay wir brauchen zigarren tatsächlich ihr hafen wird angegriffen und schmuck wir wurden zum raub der flammen und glaube ich gar nicht mehr da brauchen wir auf jeden fall was besseres für euch wegen besseres luxus gut aber ich weiß nicht was wir könnten dampf wagen nehmen vielleicht um wie das funktioniert aber nur 50 dank für 50 dampf wagen bekomme ich nur 100 zigarren das klingt aber nicht so viel das stimmt aber wir gucken uns das erstmal so an alter das schiff hat einfach mal alle vier perlen h alle fischereien zerstört hier alles klar und das linien schiff konnte auch noch ohne probleme entkommen okay jetzt jetzt reicht es mir wirklich literally jetzt reicht es mir die geht mir richtig auf den senkel hier jetzt wird ein anderer hafen angegriffen hör mir auf du scheiß spiel jetzt in der neuen welt ich will nicht mehr du hast in der neuen welt gar nichts ganz unten im süden ein schlachtkreuzer aber der ist gut ausgebildet der schlachtkreuzer ich muss neun ich muss unbedingt neuen einfluss erzeugen um neue kriegsschiffe zu bauen ich muss schlachtkreuzer wieder aus schlachtfeld schicken ich hätte es nicht gedacht neue zähle schieb amt du scheiß schiffe ich schiebe einfach ab aber guck mal kommen wir an linien schiff zu besuch neuer auftrag ist außerhalb der reichweite gleich kein problem allein ich will die ganze zeit nur meine schokolade bauen und ich kann es nicht weil mich das spiel einfach nicht lässt schiff unter beschuss vom ding her haben wir drei kriegsschiffe hier wird angegriffen okay wir müssen einfach alles mal entladen ja man ich habe ja die schlachtkreuzer die für expedition vorgesehen waren die werden jetzt einmal um funktioniert erkenne ich gar nichts alles einmal bitte entladen dann ändert ihr bitte noch mal den skin weil ihr seid definitiv jetzt keine entdeckerschiffe mehr aber bitte runter kommen übrigens mein hafen wird angegriffen ich habe in dem an ein anderer wieder diesmal ne ja in der neuen welt wieder das schafft der kanonenturm hier nicht ich habe nicht mehr genug material um den kanonenturm wieder aufzubauen ich kriege hier die echt die krise in dem spiel mittlerweile folgendes du wirst jetzt hier ein paar sachen gleich mal irgendwo einsammeln damit ich hier unten wieder baumaterialien hinschicken kann weil diese in seit gar keine baumaterialien mehr so richtig wir haben einfach keine holzbretter mehr hier ja auch kein holz mal folgendes alles noch scheißegal hier wie zufrieden seid ihr plus 18 dann dürfte das hier nicht stören wenn schneller holzbretter jetzt produziert ist das ok warte mal wie viel war das hier oh nein alter und er kriegt mein geschützturm noch gerade so alter hat ihn jetzt noch einmal warte mal ja einmal noch du scheiß ding also ganz knapp dusch ich muss die regeln zusammenreißen hier ich hasse alles ich hasse einfach alles an dem spiel gerade oder diesen scheiß kreuz hat er jetzt so dankeschön in den städten gibt es ruinen ja was du nicht sagst leider kann ich es nicht aufbauen dann machen wir so ist mir jetzt egal wie immer du kannst mich mal und du kannst mich einfach mal ganz ganz hart ok so hier unten kommen jetzt nochmal drei schlachtkreuze was hat sie auf dieser insel alles an geschütztürmen ist die frage er hat eine fregatte sie hat ein linienschiff rumfahren sie hat sogar eine dicke bärta die dicke bärta ist tatsächlich aber ein problem hast du denn kaputt schon die kriegsschiffe ist von der überfahrt zurückgekehrt ich schon für mich sind wir beide echt am arsch naja aber hast du da was na gut dann muss ich alles zusammen kratzen jetzt wird schon das wird er aber hoffentlich schaffen ich ziehe gerade alles zusammen was ich habe ein pyrophorisches kriegsschiff das nehme ich gerne schiff unter beschuss schiff unter beschuss ja der wird ja wohl die regatte schaffen da die fregatte da da ist auch noch ein monitor dabei natürlich wo sind die anderen kriegsschiffe sind ja auch mal da oder waren wir 50 jahre würde mich ja nicht wundern auf der hoffentlich oder doch nur schokolade anbauen was anderes wollte ich mein leben lang nicht also nur schokolade anbauen das spielte einfach direkt haben wir dann hier noch zu erkunden die alte welt kaputt schon haben wir dann erstmal die alte welt wir schauen lieber noch mal dann wie das mit unserem kriegsschiff geht als ob der das nicht gegen den monitor jetzt hier noch schafft außerdem kriegen wir jetzt gleich unterstützung noch mal von drei weiteren schlachtschiffen das dürfte ich in tief reichen und die haben jetzt schon die ganze zeit hier keine felder aber ich bin jetzt da hoffentlich und hoffentlich auch etwas länger aber dann mal die lücke füllen danke danke sehr schön hier wird irgendwas wieder angegriffen wir können fast sagen dass es typisch ist wohl jeder ding da das störe ist ist auch noch mal gleich und unterstützung von pyrophorischen kriegsschiff das dürftet ihr wirtschaften zu zweit wenn er sich sogar schon alleine schafft wo ist denn das kriegsschiff da hinten erst nah es war schon schnell unterwegs glaube ich das schafft auf jeden fall dinge auch alleine so ist das schiff mit den ganzen baumaterialien ich dachte ich wollte schokolade anbauen klappe die 50 immer noch sehr sehr viel platz für weitere kakao plantagen aber heilige scheiße ja haben wir auf jeden fall noch genug weil sieht jetzt auch nicht mehr so schön aus muss ich sagen warte mal kriege besser hin weil ich jetzt nicht mein weg sehe ich gerade ja mag ist bis wohin kommt der tankhof kommt das safe bis dahin jups haben wir bitte einmal voll machen dankeschön den platz ordentlich nutzen weißt du was haben das rede machen wir so sieht zwar nicht allzu schön aus aber wir müssen den platz halt wirklich gucken dass wir ihn gut nutzen jetzt ganz unabhängig davon wie das halt aussieht so krassig sieht es jetzt ja auch nicht aus ich glaube wir können sogar das nicht mal das vollfüllen hier wenn ich ehrlich bin das reicht nicht jetzt ist nur danach war da machen wir das anders ja wir reißen wieder ab aber wohin damit setzt dich lieber in den schatten warte mal im lager aus wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht wo denn diesmal wieder hier so monitore könnte jetzt bitte diesen scheiß das scheiß linien schifter zerstören wird das ding muss auf jeden fall erstmal aufladen wieder was hast du da von item drin gehabt schiff ja was sinnvoll ist war nicht wirklich tatsächlich bin ich richtig hart am kriegsschiff verkaufen wenn dann welche überhaupt da wären das ist das problem sehr sehr wenige meistens sind das dann halt auch echt keine guten genau baumaterial ist dann hoffentlich wieder da spiel mann 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 schiff und der beschuss jetzt sind wir wieder in der arktis und angegriffen ich hasse alle so neue welt werden wir uns auf jeden fall dann jetzt demnächst noch mal um le chocolate kümmern aber das soll zwar heute gewesen sein mit dieser aufnahme session euch gibt es natürlich ganz normal am nächsten tag weiter ich hoffe euch hat diese folge gefallen und ich sehe euch hoffentlich bei der nächsten folge wieder bis dahin haut rein